so gibt es hier was interessantes habe ich die blaue Keycard schon diese Scheiße zum Sonsten macht kein Kommentar ich wollte den Level erkunden die öffentliche Stellungnahme sein ich muss die Kamera kennen wo ist ein Alarmknopf Scheiße, jetzt ist hier nicht mal ein Alarmknopf einmal wenn man einen braucht da ist aber einer drücke ich jetzt der Alarm wurde deaktiviert so, Kiste das deaktiviert jetzt wahrscheinlich diese Kraftfilter da unten jawohl so ich kann mich echt nicht mehr an den Level erinnern Wahnsinn wahrscheinlich ein Thermatron oder noch was Schlimmeres stehen bleiben gut auch nicht zugang verboten ich erinnere mich an die Verbotensschilder aus, äh na Mulfenstein blut ich knall dich auf nichts dergleichen tust du Perfekt So So, so, so Ohne Kamera Schaltet nicht So geht's hier lang, keine Ahnung Wege sind nie beschildert Keypad Okay Ein Schlüsselhaustier Ach ne, mein Matpack, ich hab eh genug Ich geh noch irgendwie nie zur Neige Oh, ein Glück So So, das spricht ne nette Computer hier Ich muss auch das Buch daneben dran lesen 923 Zu spät Ohne Philipp Potter kann ich verwenden Das mach ich doch dann gleich Die war ja fies So Na Na Oh, ich hasse das Zeug Das ist immer so lahm Und man kann's nicht überspringen Thresher-Kanone Gib mir Er macht die Kanone kaputt Ist mir auch recht Sonst noch was Toll Na wird's bald Kann er die überhaupt kaputt machen Ich zweifle langsam ein bisschen Also da oben am Teleporter-Rechtspunkt Komm ich dann auf jeden Fall raus Das ist denk ich mal relativ logisch Ja Ah Das ist doch anders So, Granatwerfer Feigheits-Safe Äh, einen taktischen Safe Ja. Oh. Da ist die Bodenplatte. Drücke ich jetzt nicht. Da ist nämlich auch ein Raketenwaffer. Den kann ich jetzt überhaupt nicht abschießen. Du darfst gewähren. Ah, okay. Dann ist er auf. Du darfst gewähren. Ich muss ein bisschen mit der Munition aufpassen. Ich sehe, ich habe bloß noch vier Magazine von der Waffe. Alles andere bedeutet weniger Durchschlag. Oder nicht so schnellen Durchschlag. Ja. Schaut, bis er sich wieder herdreht. Äh, wegdreht. So. Keine Kamera. Sehr schön. Was sind denn das für Bodendinger? Äh. Machen die mir überhaupt was? Wir müssen einfach Putzmaschinen. Schaut, was ist denn das für Bodendinger? Haha. Shit, shit, shit. Alarmstufe rot. Alarm. Einbring. Stimmt. Ich glaube, ich schalte mal wieder auf meine normale Pistole um. Alarm auslösen. Puh. Ich knall dich ab, da, Alter. Ah, mach den Alarm aus. Falsch. Alarm aus. Yippie, jetzt sicher. Schön looten. Vielleicht haben die ja doch vernünftige Munition dabei. Sieht aber gerade nicht so aus. Ja, aber ich habe ja zum Glück wieder ein paar Energy Cells. Stehen bleiben. Schauen wir zuerst den auf. Ich glaube, das ist besser. Rode Keycard. Gefällt. Energiebrücke der Sicherheitsstation. 889. Zugang gewehrt. Zugang gewehrt. Okay. Da hinten ist noch eine Kamera. Die habe ich nicht vergessen. Oh, das kackt gerade wieder rum. Was macht das hier? Aufzüge. Was macht das hier? Das hier. Keycard. Ja, das ist ja eigentlich in Ordnung so. Schaut ich zuerst oben rum? Schaut ich zuerst unten rum? Ich gehe zuerst oben rum. Aber wenn ich sehe, dass es da weiter geht, gehe ich unten rum. Ich habe genug Munition. Also leisten muss ich sagen. Jetzt vorsichtig. Sieht so böse nach, nach Kanone oder irgendwas aus. Oder Thermardwahn. Scheiße. Wollte ich jetzt eigentlich nicht erschießen. Wah! Wah! Stirb! Ich balle jetzt einfach mal kreuz und quer rein. Ich muss mich die Kamera damit unterwischen. Der Stuhl ist im Weg. So. Ich glaube, ich sehe noch mehr Kameras. Ich traue dem Frieden nicht. Ecken wahrscheinlich noch. Okay. Büroräume. Okay. Was sprichst du? 934. Aber da gehe ich jetzt noch nicht lang. Ich gehe jetzt weiter. Ist da was? Wache. So, ich muss noch diese Kamera da unten killen. Das darf ich nicht vergessen, weil Kameras sind so böse. Die machen mich so furious. Das soll das Problem gelöst haben. Waffe fallen lassen. Wo ist der? Da! Muss aber einer drauf kommen. Oh, nö. Richtig überhaupt noch auf? Ich denke, mit diesem Control Panel da oben könnte ich es eventuell wieder aufkriegen. So ein bisschen Ziohonen einsammeln. Ja, das hat es auf jeden Fall deaktiviert. Und tap Und Fall Mhaha Ist doch gleich zu dieser Thresher-Kanone kommen, oder? Die ich vorhin kontrolliert habe. Ist da eine Kamera? Nö. Ah, ich glaube, da würde ich jetzt rechen kommen. Komm her! Komm her! Was sagst du? Professor, Professor Colson Colson Seth Dorrance hier, sag ja, Professor, ich habe ein Kraftfeld installiert, wie sie wünschten. Nur durch den Zentralkomputer öffentlich bin ich mir sicher, dass der Zuge für einen Summeteur unmöglich sei. Okay, Zentralkomputer. Unterkraftfeld. So, Blut. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich alles nicht. Wieso geben mir Sachen, die ich nicht will? Was machst du hier? Stirb. Uah! Speichern mal wieder. Die Frau telefoniert. Und ich sehe da vorne wieder so einen scheiß misten Arsch wie ich. oben ist bestimmt ein Geschützturm. Mitte. Oder eine Kamera oder sowas. Aber es ist kein Alarm. Huh! Glück gehabt. Da ist eine Bodenplatte vor der Kamera. Ich habe keine Energiezelle mehr. Oh, Fick. Ich habe keine Energiezellen mehr. ist auf die Kraft der Mappicks vertrauen. Schöne Kamera. Ah, die ist down. Eck. Keine Botenplatten. Eckruckeltes. Eckruckeltes. Okay, das ist offenbar ein Teleport. Oh Gott, ja. Warte, keine Bogen. Nee, egal. Oh, rukelt das jetzt. Ah, 795. Das sollte ich mir wirklich bemerken. 795. Gut, das habe ich schon gelesen. So, steht hier. Aha. Okay. Ja, super. Ich dachte, ich brauche einen Code dafür. Sehr inkonsistent. Ich lege den Entwickler. Oha. Oh, es zuckt und ruckelt. Komme ich jetzt hin? Ah ja. Uah. Nein. Ich bin schon wieder auf die Windows-Taste gekommen. Ah. Okay. Dasselbe Spielchen wie letztes Mal. Ich beende jetzt hier. Wisst ihr was? Ich mache das nächste Mal einfach weiter, weil ich habe schon eine Stunde auf dem Konto. Gut. Weiter zwei. Und man sieht sich dann hoffentlich das nächste Mal. Und tschüss.